Ihr vergesst ihn da ein? Konrad, da sind sie ja! Ja, sagen Sie mal, was ist Ihnen denn eingefallen? Ja, wir stehen da, glauben, jeden Moment kommt's zum Boot! Da bremst der feine Herr Konrad Lumpige 2000 Kilometer vor dem Ziel ab! Tocke dreimal um die Erde herum, dreht sich, oh muss! Oh, flattert schön gemütlich wieder zurück! Verantworten Sie sich, Sie Unglückskomet! Ach was, der hat einfach Angst gehabt, hat der... Das sei denn schon, ich muss ihm in Schutz nehmen! Er hat sich gedacht, ein Zusammenprall ist eh überflüssig! Die Menschen rotten einander sowieso über kurz oder lang aus! Na, stimmt's, Herr Konrad!